ein herzliches willkommen von mir auf meinem kanal ich stehe heute mein neues fahrrad von der marke serious von fahrrad.de vor und ich muss sagen für den preis den ich gezahlt habe ist es eigentlich ein top fahrrad das einzige was manko ist wo ich sagen muss was aber auch vielleicht der zeit geschuldet ist durch corona es hat lange gedauert bis es in den versand gekommen ist ich habe samstag die beschädigung gekriegt und dafür dass es mit dem lieferdienst thermis verschickt wurde ist es von samstag bis heute relativ und schnell und zeitnah geliefert worden ein paar einzelheiten zu dem fahrrad ist ein alu leicht rahmen ich habe damit schon mal vorhin eine kleine probefahrt gemacht so vom fahrverhalten top was nur noch ist ich muss den sattel hier noch mal etwas bearbeiten da werde ich morgen noch mal mich dran setzen und der etwas gerade stellen aber so wie es jetzt aktuell ist es eigentlich ein top fahrrad ja das solltet von mir gewesen sein wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen drauf